Hier, ich habe wieder Post bekommen. Diesmal von der lieben Rebecca. Dankeschön dafür. Und ich glaube, wir gucken mal rein. Boah, elf Sachen sind drin und ich teste mich jetzt mal durch. Los geht's mit Nummer eins. Hier haben wir von Lou Prinz Schokoprins Vanille. Habe ich noch nie gegessen. Bin mal echt gespannt, was sich hier hinter verbirgt. Wir sehen es. Ein leckerer Keks mit Schokoladenüberzug. Ich gucke mal, ob ich den auseinander bekomme, denn da wird sich bestimmt irgendwas drin verbergen. Bisschen krümelig ist der, aber hier sieht man es. Eine weiße Creme ist mit drin. Außen Schokolade. Dann der knackige Keks. Ich glaube, ich probiere mal. Ich glaube, ich habe ein bisschen lange gebraucht. Hier fällt es schon auseinander. Hier fällt es schon auseinander. Auf jeden Fall habe ich hier eine gute Sauerei angerichtet. Das läuft auch schon ganz schön gut. Die Creme ist extrem süß, passt dann aber ganz gut dazu. Also, ist jetzt nicht spektakulär, aber würde ich jederzeit wieder essen. Und jetzt mache ich mal hier den Dreck weg. Nummer zwei. Hier bin ich echt gespannt, wie das schmecken wird. Banofi. Also wahrscheinlich Banane Toffee irgendwie. Bin ja nicht so der Fan von Banane in Schokolade. Kriege ich raus, ob hier richtige Banane drin ist? Nein. Ich glaube, mein Niederländisch ist einfach unglaublich schlecht. War wieder zu ruppig. Die ist natürlich gebrochen. Das passiert mir immer irgendwie. Ich weiß ja auch nicht. Okay, die riecht doch nach Banane, würde ich jetzt sagen. Ich probiere mal eine aufzuschneiden. Hier seht ihr dann die einzelnen Schichten. Da ist dann irgendwie so eine Creme drin. Und oben Karamell. Und drumherum die Schokolade. So ein bisschen Crunch ist auch noch drin. Ich probiere das Ganze mal. Ich muss noch eins nehmen. Mein Mh klingt jetzt natürlich ein bisschen negativ, aber überrascht mich positiv. Also das ist so ein ganz leichtes Bananenaroma. Schokolade ist ganz lecker. Insgesamt ist das eine ultra weiche Angelegenheit. Auch ziemlich süß. Karamell schmeckig. Kommt aber nicht so in den Vordergrund. Klebt gut zwischen den Zähnen. Aber gefällt mir überraschend gut. Während ich die Reste noch aufkaue, muss ich euch das hier unbedingt zeigen. Sie hat mir noch eine Karte reingepackt. Applaus für einen grandiosen YouTuber, den Snacktester. Und Keksi hat sie auch richtig gut gemalt. Gut, dass ihr mich nicht sehen könnt, denn ich bin rot geworden. Grandios würde ich mich jetzt nicht bezeichnen. Das ist ja cool. Er hat mir einen kleinen Keksi gebastelt. Vielen lieben Dank, Rebecca. Der bekommt bei mir einen Ehrenplatz. Lieber Snacktester, hier wie versprochen mein kleines Überraschungspäckchen. Ich hoffe, dass du dich über die Sachen freust. Natürlich mache ich das. Und auch vielleicht einiges dabei ist, was du noch nicht kennst. In der Tat, die ersten beiden Sachen, die ich probiert habe, kannte ich noch nicht. Und der Rest sieht auch spannend aus. Die Oreo Gold musste ich auch unbedingt mit reinpacken. Hoffe, du hast sie noch nicht probiert. Nee, habe ich nicht. Mach weiter, so wie du bist. Denn du bist einfach klasse, kreativ, authentisch und einmalig. Liebe Grüße sendet dir Rebecca. Wow, Dankeschön. Das ist wirklich, wirklich lieb. Wie gesagt, Keksi bekommt einen Ehrenplatz. Nummer drei. Hier, Karamellwaffeln sind das, glaube ich. Die kenne ich. Nicht jetzt unbedingt von der Firma oder so verpackt. Aber wenn das die sind, von denen ich denke, dass sie sind, dann yummy, yummy, yummy. Die esse ich echt gerne. Hier geht die auf. So sieht das aus. Tja, ich liebe diese Teile. Ich kaufe mir die schon gar nicht mehr so oft, weil ich die sonst gleich alle wegessen würde. Für alle die, die es noch nicht kennen. Boah, die sind so richtig schön. Ja, die verputze ich jetzt mal. Also, Rebecca, genau mein Geschmack sind die. Ja, wie zu erwarten, super lecker. Dankeschön. Nummer vier. Dann komme ich jetzt mal zu Oreo Gold. Also den goldenen Oreos. Die habe ich in der Tat noch nie gegessen. Die normalen mag ich ganz gerne. Die sind ja durch die dunkle Schokolade ein bisschen herb und dann mit der super süßen Creme. Deswegen habe ich vor denen immer ein bisschen Angst gehabt, weil hell plus dieser Zuckercreme. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Aber ich gehe mal unvoreingenommen ran und bin gespannt. Boah, passt ungefähr. Ihr habt die ja alle bestimmt auch schon gegessen. Ich aber noch nicht. Heller Keks. Ich probiere mal zu drehen. Das hat nur halb funktioniert. Der bröselt auseinander. Schiebe ich mal auf Transportschäden. Ja, die Creme sieht eigentlich aus, wie man sie kennt. Dann haue ich mir mal das Teil hier so rein. Und da fällt schon die Creme. Ich muss mir nochmal ein Referenzobjekt nehmen, um das wirklich beurteilen zu können. Schon eine süße Angelegenheit. Aber weniger süßer, als ich gedacht hätte. Ich glaube, die Originalen finde ich trotzdem noch lecker. Ja, ich könnte die jetzt in Milch trunken und nur einzeln essen. Das werde ich mit den restlichen vielleicht auch nochmal ab und an machen. Aber die sind auf jeden Fall nicht unlecker. Also vielen Dank, dass ich die jetzt auch mal probieren konnte. Keksi findet ihr auch gut. Nummer 5. Ich habe die schon mal getestet. Ich fand die nicht so richtig lecker. Aber vielleicht haben sie ja an der Rezeptur was geändert. Ich probiere den einfach nochmal und gucke mal, ob der mir schmeckt. Ich hatte ja vor kurzem diesen KitKat Mini Mix getestet, wo ja auch Salted Karamell drin war und Haselnuss und so eine Sachen. Cookie Doga nicht drin. Und diesen Mix, den fand ich richtig gut. Den Test könnt ihr euch gerne auch anschauen. Den verlinke ich euch hier oben in der Infobox. So sieht das aus. KitKat typisch. Waffeln und Creme und Schokolade drumherum. Aber jetzt, wo ich ihn rieche, erinnere ich mich an den. Und ich glaube, wir werden keine Freunde. Aber ich bin mal gespannt. Hm, nee. Ich weiß auch nicht. Irgendwie hat der für mich nichts mit einem Cookie Dough zu tun. Und der hat irgendwie eine Fehlnote für mich so hinten raus. Irgendwie ein bisschen säuerlich oder so. Nee, nee. Nummer 6. Und jetzt. Da habe ich ja richtig Bock drauf. Hands of my Chocolate. Chocolate Chip Cookie Dough Flavored Chocolate. Mich sprechen die total an. Von daher bin ich mal gespannt, wie sich diese Schokolade so schlägt. Sieht auf jeden Fall lecker aus. Und ich habe es schon geschafft, mich richtig zu öffnen. Mach ich mal so. Ich wollte die Packung nicht so viel zerstören. Hat nicht so richtig funktioniert. Wie kriege ich die jetzt hier raus? So. Oh, die war auch schon gebrochen. Die sieht wirklich lustig aus, oder? Mein steht überall drauf. Ich... Seht ihr das? Ja. Schokoladenboden. Schokoladen-Topping. Ich glaube, den schneide ich mal auf. Das scheint geklappt zu haben. Und dann gucken wir uns den mal innen an. Der aussieht wie ein Toffee-Fee. Einfach nur zwei Schichten zueinander. Und hier erahnt man noch ein paar Chocolate Chips wahrscheinlich. Okay, ich probiere den mal. Na. Einer ist so klein. Probier ich nochmal. Mhm. Also Cookie Dough eher nicht so. Vielleicht ein bisschen mehr als das KitKat eben. Die Schokolade hier unten, die erinnert mich so ein bisschen an Kuvertüre. Und dann zusammen mit dem oben drauf. Es ist sogar knackiger, als ich dachte. Ja, Chocolate Chip passt schon. Ein bisschen Crunch hat man dazu. Aber wie gesagt, Cookie Dough, nee. Da sollten sie vielleicht nochmal am Namen was feilen. Dann würde es mich auch vorab mehr abholen. So habe ich eine Erwartung, die nicht erfüllt wird. Aber ich finde die trotzdem lecker. Und bevor es weitergeht, snacke ich hier noch eins. Nummer sieben. Haribo Dragibus Soft. Habe ich auch noch nie von gehört. Okay, die sind natürlich aus dem Ausland. Aber manchmal hat man ja trotzdem irgendwie was mitbekommen. Nee, sagt mir nichts. Insofern wage ich mich ran. Ein bisschen. Ach, ihr wisst es, oder? Ich muss sortieren. Aber ich mache das mal im Schnelldurchlauf. Das ist eine komische Verteilung, oder? Hä? Was ist denn da passiert? Hier, zwei schwarze? Ob das andere verschiedene Geschmacksrichtungen sind, weiß ich nicht. Aber es ist Haribo. Ich würde mal davon ausgehen. Ja, dann probiere ich mal die meisten vertretenen grünen. Ich habe vergessen, mal reinzubeißen. Also, so. Hui. Klebt. Oh, die sind lecker. Die sind wie die Himbeeren. Kennt ihr die Himbeeren-Brombeeren? Diesen Mix? Daran erinnern die mich total. Außer, dass außen natürlich die Zuckerperlen fehlen. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr Team Rot oder Team Schwarz seid. Boah. Was ist das denn? Der schmeckt total parfümiert. Ihr könnt mir gestohlen bleiben. Was ist das? Dann nehme ich mal den hier. Es gibt auch deutsche Zutaten. Die helfen mir aber nicht weiter. Aroma. Also, Rot war auch so komisch. Dann nehme ich mal Hellrosa. Okay, der geht wieder. Die haben schon alle unterschiedliche Geschmacksrichtungen. Aber ich nehme mal Blau. Das ist ja eine wilde Achterbahn hier. Und jetzt, wo ich nochmal drauf gucke, sehe ich es auch. Dextrose Traubenzucker ist da drin. Und danach schmecken die auch mega, mega. Blau war jetzt gerade softer Dextroenergien. Hier sind nur zwei drin. Da habe ich jetzt ein bisschen Angst. Aber ich traue mich. Ich nehme mal nochmal als Referenz hier so einen Grün, der mir vorhin ganz gut geschmeckt hat. Das Schicksal hat es gut mit mir gemeint. Obwohl, die waren auch noch in Ordnung. Aber ich glaube, ist das ein Zeichen? Schwarz-Rot-Gold? Nein, ist es nicht. Aber die schmecken mir irgendwie besser. Aber vielleicht haben die auch alle den gleichen Geschmack. Rebekke, du wirst es vielleicht wissen. Machen wir mal weiter. Nummer 8. Dann nehme ich mal zum Runterkommen. Hier die Kettlechips Honey Barbecue. Klingt lecker. Aber die Haribo-Dinger, die waren ja gerade schon ein bisschen hardcore. Chips liebe ich. Gehen immer. Barbecue mag ich sowieso. Geht auch immer. Jetzt habe ich so ein bisschen Adventskalender. 40 Gramm Packung. Okay, ist das Usos? Normalerweise kenne ich auch eher größere Chips Packung. Ich probiere den mal. Bisschen fettig. Schöner Crunch. Das Barbecue-Aroma könnte für mich ein bisschen intensiver sein. Aber süß sind die wirklich. Leicht scharf. Salzig. Ziemlich fettig. Das ist ein bisschen schade. Ich glaube, da finde ich Rob's Barbecue-Chips tatsächlich leckerer. Die haben nochmal so ein bisschen Bäm. Wie gesagt, das Aroma von Barbecue kommt hier ein bisschen kurz. Aber nehme ich Nummer 9. Die habe ich noch nie gesehen. Hula Hoops Crokey. Crokey, wie auch immer. Da dachtest du, ja, hier schöne Chips in Ringform. Kennt man ja. Aber Bolognese. Puh, da habe ich ein bisschen Angst. Rebecca, Rebecca, Rebecca. Was tust du mir da an? Will schon Paprika. Wenn er Bolognese haben kann. Ich rieche mal dran. Riecht würzig, aber riecht jetzt nicht wie eine Bolognese, die ich koche. So, hier sind sie, die kleinen Ringer. Okay, passen natürlich nicht über meinen Finger. Ich snack die mal weg. Ihr habt es gehört, oder? Mega Crunch. Sind mir ein bisschen zu hart. Und ich probiere jetzt gerade ganz lange zu schmecken. Aber Bolognese? Nee. 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 Merke ich nicht. Ich probiere hier mal zu türmen. Ich probiere den Geschmack gerade zu entziffern. Ich glaube, das soll leichtes, tomatiges Aroma sein. Aber für eine Bolognese fehlt mir hier irgendwie noch ganz schön viel. Die werden ihre Fans haben. Ich finde sie okay. Crokey will ein Cracker. Ich glaube, ich hatte ein bisschen viel Tropfenzucker gerade. Nummer 10. Da, Dritos Beats. Nochmal Honey Barbecue. Jetzt bin ich gespannt. Die müssen jetzt abliefern. Nö. Äh. Wie geht's auf? Es gibt keinen Öffner. Es gibt keinen Öffner. So. Ach, die sind ja niedlich. Jetzt sind auch noch ein paar drin. Ich habe sie auch noch nie gegessen oder gesehen. Riechen sehr würzig. So ein bisschen wie Bacon Chips, finde ich. Ich probiere mal. Oh ja. Sehr starkes Tortilliaroma. Stimmt Maisstärke drin. Sind auch ein bisschen scharf. Aber nur ganz leicht. Ich finde die lecker. Die knuspern sich ja wirklich so weg. Hier die kleinen Knusperdinger. Aber für mich auch wieder kein Honey Barbecue. Dafür kommt man dann das Maismehl hinten raus zu stark. Ich habe jetzt schon echt viele gegessen. Und manchmal kumuliert sich ja auch der Geschmack. Und dann kommt es erst so beim vierten, fünften, sechsten Kartoffelchip raus. Hier aber nicht. Geschmacklich bleibt es leider immer gleich. Aber wie gesagt, nicht unlecker. Aber, mhm, nee. Nummer 11. Das war zu weit. Hier. Kettle Chips nochmal. Sea Salt and Crushed Black Pepper. Die habe ich mir jetzt hier zum Abschluss aufgehoben. Schwarze Verpackung. Edel, edel. Die anderen fand ich lecker. Aber ein bisschen wenig Barbecue. Mal schauen, wie es mit denen aussieht. Ich rieche mal dran. Ja. Würzlich. Sieht jetzt relativ unscheinbar aus. Aber hier hat man wahrscheinlich ein schwarzes Pfefferkörnchen. So ein bisschen ist drauf. Die sind nicht ganz so fettig wie die von eben. Das finde ich schon mal ganz gut. Und diese Bläschen hier drauf. Ich zeige euch mal die Nahaufnahme. Boah. Da hat man doch richtig Bock reinzubeißen, oder? Das mache ich jetzt auch einfach. Gut zuhören. Salzig sind sie. Das stimmt. Aber jetzt nicht unangenehm. Knusprig. Auch wieder ein super Crunch. Finde ich richtig gut. Und hier ist das, was mir gerade ein bisschen gefehlt hat mit der Geschmackskumulation. Der schwarze Pfeffer ist erst fast gar nicht da. Aber jetzt habe ich ein paar gegessen. Und so nach und nach bleibt eine pfeffrige Note zurück. Echt mal was anderes. Ich glaube, die würde ich mir nochmal kaufen. Der Keksi ist so cool, muss ich sagen. Rebecca, vielen lieben Dank für dieses mega geile Päckchen. Das hat richtig Spaß gemacht, sich da durchzusnacken. Und hier, Leute, könnt ihr gleich weiterschauen. Mein Nutella gegen neun andere Fake-Produkte test. Oder lecker, lecker Food News. Also bis gleich. Bis zum nächsten Mal.